weiter geht es bei megaman unlimited weil ich stage 3 und jetzt fängt es an zu lecken nein nicht lecken lecken können wir ein andermal zurück wie ich kann nicht zurück auch ihr seid solche bastarde wisst ihr ja aktiviert doch nein ich bin tot mittelpunkt bitte mittelpunkt und nein ist nicht euer ernst was frage doch so blöd mittelpunkt jetzt hör mal auf zu lecken warum wird ihnen jetzt geleckt hier komm her so tschüss da lang genau und jetzt hier so und jetzt so und so und fertig erst geschafft jetzt das nächste geht so und so und so und jetzt in die richtung am besten genau naja ok hier wäre das noch egal dann kann ich mir jetzt nicht treffen danke gut gut alles voll hierhin genau gut 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 einfach durch ist das beste glaube ich ja wie kriege ich denn jetzt gleich platz hier ist einer gut 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 ah ja was soll's okay hoch megaman einfach nur hoch hoch megaman einfach nur hoch egal wo ist denn jetzt lang kein erst mal hier alles aufschießen gut es klappt gut es wusste ich doch das wusste ich doch meine gier sie wird mich unbedingt unbedingt Das ist immer diese Gier, die ich hab. Gut, sie hat mich nicht umgebracht. Oh, ja, und ich verwende ihn direkt. Naja, tue ich einfach so, als wäre es nur Energie gewesen. Viel Energie. Dann brauche ich mich auch nicht zu ärgern. Außer das Verschluss mit der... Ach so. Ah, okay. Erstmal ihn beseitigen. Der kommt. Gut. Oh, wie perfekt muss man ihn platzieren. Ach so, geht schon so. Leute, nein. Oh Gott, oh Gott. Wie ich sowas hasse. Ich habe mich nicht mehr... ... oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Danke, danke, danke. Aber die Musik ist brutal geil. Aber richtig. Äh, da, in dieser Richtung. Ich wusste es doch. Sonst wäre ich zurückgefallen und dann nach unten. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Ähm, 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 erst mal versuchen zu verstehen. Ach, nicht zu hoch springen? Okay, nicht zu hoch springen. So, fängt das erst mal an. Wie weit kann man hier auf der Leiter stehen? Ach, hier kann man sogar fast bis zum Ende stehen, ungefähr. So, und jetzt muss ich... Genau hoch springen. Ich hoffe, hier ist ein Mittelpunkt... Ja, hier ist der Mittelpunkt, gut. Okay. Nein, das war fast zu hoch. Ja, jetzt muss ich versuchen, die Leiter zu erreichen. Genau. Ja, ja. Wir wissen es. Danke Der ist nicht ziemlich gut platziert, der ist ziemlich sozial platziert Jetzt geht's mal nach links Gutsch Gutsch Oh! So, kurzer Cut. Und weiter geht's bei Megaman Unlimited, Weidich Stage 3. Gut, gut, gut. Ähm, ja. Okay. An Leben. Ja, so muss ich mit dem Coil eigentlich kommen. Ja, ist nicht das Problem. So, und hier mache ich folgendes. Jetzt klickt nicht wieder auf diese blöden Waffentanks oder auf diese Energietanks. Ich mache das so und so und so. Und jetzt unter mir, das ist blöd. Das hole ich mir doch. Warum auch nicht, ne? Okay. So, gut. Was haben wir hier zum Auffüllen? Tankarsenal. Nein, von hier aus. Zum Ambassador. Weil wir wissen, was uns passiert. Ja, was du jetzt. Welch, mach mal. Das war's. Ja, was ich? Oh, das war's. Oh, das war's. Ich bin zu. 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 Das finde ich gemein. Wie hoch kann ich springen? Ich kann sie eigentlich nicht erreichen. Eigentlich nicht. Ich kann nicht spring ruhig weit durchziehen. Ja, ich kann ihn durchziehen. Das ist gut. Ich habe mich auf den Zunt. Jeck's mir meine Eier. Nein, ganz bestimmt nicht. Nein! Nein! Oh, leck mich! Ach, Rashikold funktioniert gar nicht! Hoho, lustig, ne? Wie lustig, oh nein. Oh Gott. Ja, funktioniert aber. Ich mach's mir hiermit einfacher. So, links, wusste ich doch. Ja, okay, es war hier egal. Jetzt kommt da mal was. Hm, das muss ich aber verstehen. Erstmal gucken, ob ich hier durchpasse. So, jetzt passe ich hier durch. Noch nicht. Jetzt. Gut, jetzt stehe ich perfekt. Jetzt könnte ich auf den Block kommen. Wo geht's dann weiter? Dann da hin? Okay, verstanden. Hoffe ich. Upsala, das war fast in die Hose gegangen. Zu früh. Verkackt. Nichts zu weit war das jetzt? Oh, leck mich. Okay, jetzt bin ich gut. Ich versuch's nochmal. Ja, ich versuch's nochmal. Ja. Ja, ich stehe gut So... AAH Warte ich mal einer vor hier? Warte! Aber ich hätte da rüber springen können. Ich wäre schneller gegangen. Ja, es ist weg. Ja... Du, 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 du! Es ist weg. Ja, ich komme nicht hoch. Nein, auf keinen Fall. Sliden Ah, so wird jetzt gleiten, ja. So, so, so. Nehmen wir mal das hier. Hoppala. Ich darf ja nicht aus dem Screen raus. Egal. Okay. Ich habe eine Idee. Aha. Wo weiter geht die Scheiße? Ich darf nicht zuspringen. Okay, aber ich glaube, sowas gab es doch schon mal in Indonesien Artefakt. Okay, aber auch. Mega Felix arbeitet ja schon wesentlich länger als an seinem Spiel hier, als an Anandastun. Für seins. Obwohl, Anandastun hat ja auch nur ein Hack gemacht. Und jetzt ist Konzentration vorgefragt. So. Oh, noch einer. Oh, noch einer. Ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr weit bis zum Boss. Es riecht hier schon irgendwo nach Doktor B. Okay, nach oben kann ich ja gar nicht. Genau. Ist ja nicht so schwer. Ähm, kurzer Cut. Und weiter geht's bei Mega Man Unlimited in Wiley Stage 3 hier. Und ich habe mir immer noch keine Pause gegönnt. Und langsam macht sich das hier auch bei mir bemerkbar. Mir tut schon mein Arsch weh vom ganzen Sitzen hier rum sitzen. Oh, meine Oberschenkel auch. Mir tut mein ganzer Körper schon weh. Oh. Und meine Nerven sind eigentlich ziemlich blank. Okay. So passt es. So, komm, komm. Zürich, nein. Danke. Nein, von hier. Danke. Das kennen wir ja schon. Müsst du zu schaffen sein? Ja. Dr. W. So, was kommt jetzt für ein Boss? Also, ich habe die Erfahrung gemacht, vor der Grade 8-Stage kommt bei dem Wiley-Stage oft ein beschissener Boss. Was? War das immer so? Weiß nicht, aber öfters... Naja, es ist zwar in Mega mit 9 jedenfalls so. Ähm, Mega mit 10 auch, meine ich, ja. Okay, wir schauen einfach an, was jetzt kommt. Base, aha. Und es läuft wieder zu schnell, und, äh, ja. Oder heißt der Bess? Nennen wir das Bess oder Bess? Wie spricht man das eigentlich aus? Hm. Oh, ein Protumen. Okay, wie gesagt, wie viel oft slidet der? Ich weiß jetzt nicht noch, wie oft der slidet. Habe ich wenigstens jetzt... Nein, ich habe nicht im Vorraum, obwohl er so ein schöner Vorraum gewesen wäre. Ich hab's damit nicht mehr so glücklich. Ich hab's damit nicht mehr꼬를. Oh, das ist aber sonst, ja. Also, einfach nur mit dem Problem. Oh, das ist ja ein Schuss, ja. Oh, das ist ja. Ich hab's damit gelernt. Oh, das ist ja. Schuss nach unten! Lass mich in Frieden. Lass mich zum Boss. Da muss ich jetzt hin. Ich werde jetzt mal die anderen Waffen ausprobieren, die ich noch so habe, beim Boss gleich. Was da noch so nützlich sein könnte. Ja komm, schieß ihn doch ab da. Meine Fresse, ist nicht so schwer. Ja. Scheiß Torf. Danke. Danke. Jetzt darf ich diese Springer nicht verkacken. So. So. Jetzt müsste gleich irgendwann der Boss kommen. Ja, ähm, leck mir die Eier, bitte. Ja, komm, ist okay. Nerv hiermit anders. Ja, komm, ich verliere noch Energie dabei. Oh, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Meine Fresse. Oh, was hilft er gegen den? Nichts. Nymphos up. Ja, ich weiß auch nicht so, was ich jetzt machen soll. Ja, das konnte ich nicht testen. Okay. Ja, ich weiß, ob es bringt. Ja, ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 Leck mich, leck mich, verpiss dich doch einfach nur, hau ab, danke Was ist das denn jetzt gewesen Oh nein Was ist das denn Leute, leuute, hör doch mit der Scheiße, man Meine Fresse, es regt mich auf Ein bisschen Ja, 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 ja Da ich einen E-Tank in der Stage bekommen würde ich, wenn ich jetzt zum Boss käme, auch einen E-Tank nehmen Katch